was interessant ist dieser karavelle aus 1995 hatte damals schon eine echt sehr gute ausstattung für die t4 variante und zwar hatte der schon elektrische fensterhebe auch eine zentralverriegelung elektrisch verstellbare spiegel dann eine besonderheit der hatte auch schon klimaanlage drin ist auch seltener bei dem t4 und airbags abs ist auch drin dann hat der vorbesitzer anscheinend auch die schönen alten pioneer boxen eingebaut soundtechnisch aber eher ja nicht so toll auch eine handy vorbereitung die gsm und 900 1800 auch noch diese freisprechanrichtung montiert die ist leider nicht mehr drin wurde raus montiert und dann hat er auch schon ja also ich finde eigentlich eine tolle ausstattung so meine lieben